Ja, dieser Schlüssel war leichte Beute, ne? Ah, knapp. Knapp, knapp, knapp. Hätte nicht gedacht, dass er mich so weit verfolgen würde. Hm, Münze. Subin, meine ich. Ähm. Hoch und... Aua! Doof, sowas mag ich nicht. Sowas mag ich ganz und gar nicht. Ha, ha, ha. Verarscht. No! Knapp. Knapp. Wow. Komm, Fee. Fee, nein! Blöde Fee, jetzt komm hier hin. Ach, leck mich. Hier kommt wahrscheinlich der Zwischenboss. Ja, das dachte ich mir. Knurr, du gelangst kein Shit weiter. Was ist das denn? Wow. Wow, die sind gar nicht so einfach. Okay, ich nehm's zurück. Sie haben nicht viel ausgehalten, aber sie hatten schon irgendwie eine ausgeklügelte, äh... Äh... Angsthills-Taktik. So, welcher ist es? Ja, ich... Ich glaub nicht, dass er hier ist. Das muss irgendwo hier sein. Sonst wär's irgendwie zu einfach, genau. Ja, und auch wie im NS, kriegt man Gegenstände auf diesem Bildschirm. Und es ist wieder der Gasha-Beutel. Der Saatbeutel, meine ich natürlich. Ähm... Die investieren doch gleich aus. Und ich überlege gerade, wo ich das überhaupt anwenden konnte. Ich glaub, es lohnt sich sogar, dass ich diesen Teleporter am Anfang benutze. So, Kling. Kling. Ja, das mach ich auch. Definitiv. Ähm... So, ich kann jetzt einmal da lang. Und ich kann... Ich kann aber auch... Ne, ich geh erst zuerst links lang. Ich geh zuerst links lang. Okay, hier ist ein Schlüssel. Blöde Moblins. Wieso könnt ihr denn... Bummefangs werfen? Okay, der große Schlüssel. Dachte ich mir doch. Ach, ist das schön. Immer so... Ein Dungeon am Anfang zu... Bewältigen. Nicht sehr anspruchsvoll. Es ist alles... Sehr klar gest... Ey. Es ist einfach, einfach. Das will ich damit sagen. Ähm, ja. Ich muss euch nicht kaputt machen. Ich weiß, aber ich mach's trotzdem. So, krieg ich irgendwo Kerne? Nein. Schade. Aber egal. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Komm mir bloß nicht zu nah. Komm mir bloß nicht zu nah. Oh, ich hasse diese Viecher. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. Okay, wo muss ich denn lang? Hier ist ein Tour auf jeden Fall. Okay, ich denke mal, ich habe alle Hände besiegt. Hier ist auch die Tour. Und da ist mein erster Ring. Wow. Hoffentlich wird das wieder so ein Thing sein, der meine Verteidigung sinkt, äh, senkt. Aber dafür meine Angsthilfe steigert. Dann werden die Bosskämpfe auch wieder so knapp wie bei Ages. Ach, schon wieder? Was willst du denn? Wow, von hinten. Ich will kein Herzchen. Ich möchte eigentlich nur, ähm, Kerne. Aber egal. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das wird, glaube ich, ein knapper Kampf. Ich glaube, das wird ein knapper Kampf. Komm, 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 komm! Nein, das wird kein knapper Kampf. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich vertan. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich hier eventuell sterben könnte. Der schießt, der schießt. Ja, deswegen meine ich. Aber er ist tot. Yippie. Und meine erste Essenz. Oder besser gesagt, das ist meine neunte schon. Das ist der Pflanzenhut. Nein, du erhältst Mutter Erde, eine Essenz der Natur. Diese Mutter Erde nährt die Saat, die auf die Felder gestreut wird. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst? Oh ja. Das ging zackig, ne? Das ging zackig. Ich bin es, der Makubaum. Mir ist etwas Mutter Erde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Zäumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten inmitten eines einzigartigen, ne, eigenartigen Landes. Dort bemerkte ich ein wertvolles Objekt, das dir Haze eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zur Zeit nicht. Oh, und natürlich darf diese Hexe nicht fehlen hier, ne? Ja, 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 ja. Was? Lolong-Ei willst du haben? Habe ich gerade nicht lesen können. Nein, sie war sch- Ah, sie war besser. Egal. Okay, guck mal hier, fein. Erzähl es keinem weiter. Das hat es nicht weiteres. So war es. Ja, es ist... Hier sind es auch wieder diese Opas, die entweder Geld geben oder mir Geld abziehen. Aber ich wusste, dass der einer von den Guten war. So viel wusste ich noch. Ähm, ich werde erst mal zurück ins Dorf gehen. Zurück ins Dorf und, ähm... Moment, was werde ich denn da machen? Egal, ich guck erst mal jetzt hier nach. Hey, ich dachte, Zelda wird zu dir kommen. Wo kann der Tempel erst anfangen? Blablabla. Ähm, ich wollte zurück ins Dorf, um nämlich, ähm... Ein paar Sachen zu erledigen. Erstmal gucke ich hier nach. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Aber, aber, aber. Beim Bürgermeister... Oh, er ist schon ausgewachsen. Ein Sing. Yippie-yay. So, nee. Ich wollte nicht zum Bürgermeister und dort seine Wand wegsprengen. Ich bin schon ganz gespannt, was dahinter ist. Ich denke mal, es ist noch ein Garsha-Kern hier. Ja. Das war sowas von klar. Rum, bum, 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 bum. Der sieht aus wie die Tarsin, oder? Der Bürgermeister. So, und weil wir gerade so gut gelaunt sind, werde ich hier nochmal... ...eine Garsha-Kern einpflanzen. Und mir dieses Herzzahn natürlich holen. So. Vielen Dank. Vielen Dank für das erste Herzteil. So, dann werden wir... Nee, wir werden erstmal nicht die Dinge schätzen lassen. Wir werden erstmal zu Dr. Wright gehen und... ...ihm ein bisschen... Oh! Du gibst mir doch auch kein Geld, ne? Das war's nicht weiter. Wow! Er gibt mir auch Geld. Cool. Haha. Gefällt mir. Gefällt mir. So, ähm... So. Exzellent! Nun kann's losgehen! Da, nimm diesen Kuckoo-Decks. Wright, den Kuckoo-Decks. Er enthält die Ergebnisse in der Kuckoo-Forschung. Hm. Somit kann das Tauschgeschäft beginnen, würde ich mal sagen. Ja. Dann bin ich ja mal gespannt. Okay, hier kann ich noch nicht hin, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden irgendwann mal. Wem muss ich denn diesen Kuckoo-Decks geben? Ja, das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich kann mir ja nicht alles merken. So, ich werde meine Dinge schätzen lassen. Seid geschlossen, willkommen. Ja, 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 bla, bla, bla. Schwätzen. Ne, nicht schwätzen, sondern schätzen. Hm, ich sehe, das ist ein Gärtner-Thing. Signalisiert Garsha-Bete. Das ist es, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Ja, und... Hm, ich sehe, das ist ein Raubschleim-Ring. Metamorphose zum Raubschleim. Doof. Wirklich blöd. Brauche ich alles nicht. Ja, ich benutze jetzt auch... Ich benutze jetzt keinen Ring. Das ist echt unnötig. Was sagst du denn? Hm, ich habe dich gefunden. Du bist Haze. Ich habe die Statue in Lyna gesehen. Und da musste ich dich einfach treffen. Da mir die Erde zuteil wird, dich zu sehen, könnte ich dir das Glücksgeheimnis der Feen anvertrauen. Sie haben es mir in Feenwälder von Lyna verraten. Was hältst du davon? Ähm, nein. Was? Naja, äh, diese Geheimnisse könnte ich bei Ages benutzen und dann würde ich ein paar coole Sachen bekommen. Aber, aber, aber. Das nützt mir ja nichts bei diesem Spiel und deswegen lasse ich es auch einfach mal. Ähm, ja, was könnte ich denn noch erledigen? Ich will ein Schild! Hallo? Na, egal. Dann kaufe ich erstmal hier sowas. Solange du nichts anderes im Angebot hast. So. Ja, so wollen wir das haben. Danke. Danke. Vielen Dank. So, ich bin gespannt, was er noch jetzt hat. Ne, nur den Schild halt. Okay, dann werde ich an dieser Stelle Pause machen und mich auf die Suche nach dem, nach dem Jahrseiten-Tempel machen. Ja. Also, bis zum, äh, nächsten Mal.